na dann witzig gewesen nicht dabei ja das wäre jetzt cool 66 leute und drei gegen drei natürlich cooler ja aber mal gucken aber dann den dvd entkrieg sein nächste woche haben wir noch einen mehr wahrscheinlich wenn die nikola kann sogar zwei mehr dann haben wir sogar zu der boden das ist ja psychoterror gleich mal vorn an die kante gehen hier das halte ich sonst nicht alles sowohl startet denn wo starten sie sind wo kommen sie den reis ist auch schon gott gefragt geht es von oben nach unten oder von unten nach oben also rechts sind sie auf jeden fall irgendwo naja ja 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 schon weggekriegt also ja schon muss auf jeden fall mit ihm um einen mitbekommen haben so wie das auch bei mir gerade gezwigert hat kann das sein was du eigentlich prefer ich habe ja das steht auch bei der nebenbalken bei den so da müsste es eigentlich jetzt auf den blauen kommen jetzt der zweiten platte von links oder so kommen wir hier mit dem fahrrad weiter ich habe gerade nachgeladen aber ich habe auch baby hat jetzt auch mal ein mitbekommen von mir ich habe mich nur gerade gewundert haben die jetzt die haben doch jetzt praktisch 1 1 1 level ausgelassen oder sagen dass wir sind ja die haben gescheitert was kann auch sein aber es kann auch sein dass das hoch und jahr gehört sind sie nicht ganz unten ganz unten ganz unten ich habe noch nicht ein hit gelandet also ich sehe nur die ganzen einschläge noch ein dauer aber ich bin ja ich habe auch ein gesetz vorhin ein schuss auf jeden fall ein schiff ein schiff ja jetzt die frage wo kommen sie her ist dass das zweite von oben müssten sie jetzt rauskommen wenn ich die logik jetzt richtig verstanden ab dieses levels ja ja ich habe mich geschürt aufgaben ja 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 ich wusste wie man mit dem fahrrad springt wie es gerade über das hindernis gesprungen der mongflikt rübergefallen ich wusste nicht wie man springt das wollte ich in der mitte durch springt ich hab den fahrrad nur rechts gesehen ich glaube das war auch eigentlich der plan dass man mit dem fahrrad durchgeht aber ihr werdet dann merken was ja beim fahrschützen plattform richtig beschissen ist ja das nervt jetzt schon dieses pink schwarz was da waren verschiedene formen ich habe keine gesehen aber da oben steht doch erst steht doch die level wieso kann ich die panzerung nicht aufheben was mir los wo sind die warten wir doch nicht ich kann auf jeden fall von rechts im zweifel hinter dir aber das ist jetzt mal wer ist hier es war direkt durch die straßen behalten das kann jedem mann in deinem alter passieren in deinem alter ich weiß nicht mit 23 bin ich glaube ich der jüngste weiter ok das war mir fast glas werden weiter ruhig markiert zwei schlüsse abgekriegt ne kommst du nicht oder eigentlich das ist ja wenn ihr seid ihr lang sollte links jetzt runter ja da liegt das nervig also sonst findest du hoch und roter ich ganz geil oder das magst du das aber hier finde ich das nicht so spannend vergisst es jetzt aber die dinger wir vorbeifliegen ich stehe doch die ganze zeit auf dich ich weiß aber ich treffe auch nichts mehr die panzerung hast du fast weg die panzerung hast du was hier hoch die die steigung mark rennt schon acht da oben ist das ganz wahrscheinlich ganz klamm heimlich wäre gut das ist der nachteil hier seid zu zweit wir sind zu dritten es hat mich jedoch mal getroffen das ist dafür für das knapp heimlich vorbeischleichen aua nein bin ich froh dass die schießen können das war knapp der war auch nicht schlecht aber ganz knapp aber nein ich hatte aber auch nichts mehr an leben schade vielleicht aufladen feuer oder sowas noch kurz warten ja aber wenn da auch nichts mehr kommen zum aufladen ist das problem da werden immer kommen immer weniger kann die nächste oder so du kannst doch deine panzer platten im inventar nutzen ja ist doch langweilig na gut damit sind wir dran weiter da liegt sie ist der hund da liegt der hund begraben morgens ja dann macht er mittag normalerweise ist das immer so meinen genau das ist das problem jetzt an der sache wo ist jetzt wo du bist das ist dann aber der der fliegen kann oder der der mit rädern umgehen kann der beste sicherheit irgendwo jetzt muss ich gerade gucken ja vor dir ist erkannte ja ja ich sehe es genauso ja ja ich habe schon gesehen ein stück näher ran du schießt gegen die kante noch näher ran von wo schießt in sehen und ganz oben nicht näher diesen kuglöchern oben bei den flugzeugen das rechte ich sehe noch nicht dann musst du ruhig runter fernstelten jetzt habe ich halt baby erwischt die zu treffen wenn es jetzt wackelt ist auch ich krieg dann schon noch keine sorge irgendwo muss er ja stehen wir haben noch zeit und das hat nur 35 sekunden kannst du nicht so mit dem fernrohr wenn ego sich gut ist er will mich gerade vor die kante kann ich kann ich wenn wenn wir jetzt überleben haben wir gewonnen jawohl fertig los die sekunden steht der nieder dazu einfach gelesen 4 3 2 1 der muss ja jetzt schießt auch fünf mal auf die gleiche stelle obwohl da nichts passiert das verstehe ich auch nicht ich habe gesehen wo er hingeschossen hat ich habe noch gemerkt dass es so gut wie grony sich bewegt hat doch es hat sich die ganze zeit immer vor mir vor mir sind sie eingeschlagen ich stand links also von dir aus rechts unten also schon gar nicht mehr oben auf der plattform oder was doch doch rechts unten an dem häuschen aber nicht im häuschen sondern hinterm häuschen aus dem häuschen aber schon mal funktioniert weil ich mir nicht umgehen kann und jetzt machen wir das noch mal was wird jetzt unsere runde diese plattform die macht mich irre hinter der ecke gestanden oder was und ich habe da noch selber runtergegangen ja alles gut aber das gute ist wir wissen jetzt wo sie lang müssen ja ja ich habe was auch er muss sich nachladen was sagt dein leben voll okay jetzt kommen sie die stelle wo wir das fahrrad dann haben stehen lassen die sache ist machen wir es mit dem fahrrad oder machen wir es nicht mit dem fahrrad hier macht es mit dem fahrrad stehen scheiße auf das rad auf das fahrrad stehen hallo hey die kugel verspürt mein weg fahrrad fahren können schade baby das aber schön drauf gekriegt gerade was sagt dein leben ich habe da noch mal ein schuss gesehen ja der kann von mir da glaube ich noch mehr da freue ich so dass ich habe auch noch eine gesicht so dass wir kommen wo die kommen also einer kann direkt vor oder hinter mir ein wollten sie die jetzt wahrscheinlich noch ganz unten dann so ein muss sagen dieses leiter was macht echt echt laune es macht auf jeden fall laune baby voll voll erwischt gerade ich sehe nur drei schüsse einfach einen presse noch sie jawohl jetzt wenn war es wir beide da ich habe auch ein treffer gelandet ja ja unterstützer okay vorallt ja ich habe keinen traurig kann sich auch zu wollen rw 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 da da rollt was aber du stehst da und da ist ein wand ja da sind wann das sieht man auch von hier aus nicht okay weil deswegen wurde ich mich gerade weil der eigentlich mit den arbeit bei uns ja schon da ist nämlich darauf achten wenn wir wenn wir wenn wir rennen das sind diese schwarzen wände die links stehen aber sie ist glaube ich nur von der von deren seite aus siehst du bei uns nicht ja deswegen war ich dachte hier steht mit einer dick kristen headshot und trotzdem steht er noch mal so kommt der jetzt raus ganz oben ja jetzt habe ich natürlich drei leute die auf mich schießen kommt dass du dich als zwei halber person zählt aber aber nein los geh rüber aber aber so nicht waren wenn sie sind aber auch echt beschissen ja diese rechte sie bei der unsichtbaren wand war unten eine kleine lücke für die füße ja da dann habe ich mal zwei schüsse drauf gesetzt also so viel verblut gespritzt so muss doch sein meine damen und herren wir müssen mal was an was anstellen der vorteil ist für uns dass wir zu dritt sind und jetzt zu zweit ne das macht halt schon wahrscheinlich auch einiges raus na wobei wir haben dich halt die frage ich dass ihr zu dritt seiten so mag ich dass wir das hinter mir steht also normalerweise also der tabelle jetzt ihr wisst ihr wisst also also es ist doch so rum okay also normalerweise normalerweise ist es andersrum aber da was ich hinter das wenn ja aber was haben wir denn hier färbi wäre das nu ist das ist ne der kevin steht ja drauf wenn ich es von hinten mit dem umschneidildo morgens